Hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Part, nachdem eigentlich bei dem dritten Part die Aufnahme irgendwie abgeschmutt ist und ich es gerade erst gemerkt habe, nachdem ich das Video eigentlich hochladen wollte, ja, was ich getan habe, ich bin auf Line 40, habe gestern noch ein bisschen gefarmt, habe ein paar Toren, habe jetzt das Format plus 9 mit 35 DSS, 8 DB, 15 Autos, 15 Orgs, finde ich jetzt ganz okay für hier, habe dann diese Quest gemacht mit Twitter 500 schwarzen Orgs, habe davon ein Format plus 0, bekommen ein Schwarzblatt auch mit plus 0, mein Hornbogen ist jetzt plus 8, den muss ich hier oben wieder switchen, ja, ein paar Switcher, zwei Seelis habe ich bekommen mit Level 40, noch ein bisschen mehr, hier habe ich jetzt oben ein bisschen Consys und Access wieder, habe jetzt hier ein Giftpfeil an Neuen, wir sehen jetzt noch 17 Stück bis G1, wir sehen jetzt noch 17 Stück bis G1, und wir sehen jetzt hier noch ein bisschen Latteln, nehmen wir mal los, neue UTM betrengen nicht richtig gut, gell, wir sehen noch, wie kommen wir noch an, so, wie gibt es hier noch, was ich heute festgestellt habe, ich bin gar nicht der einzige Fan hier, es gibt noch eine, F65, glaube ich ist hier, das will ich halt knacken, was ja jetzt 15 FKs, hmm, ich glaube das lasse ich da rein, vom Anfang, aber ich würde ja auch gerne ST2 gehen, aber dafür bin ich noch zu low, aber ich gucke jetzt mal kurz was, da kann ich gar nicht hin, ne geht gar nicht hin, ne geht gar nicht, 2 hier mit 1 Schensel, und schauen wir mal kurz hin, ja, ein Teuer, ich habe noch einen Potz da nicht vergessen, nehmen wir mal ein paar Potz mit, äh, Dungeons, Spinn Dungeons, gucken wir einfach an uns ST2, und schauen wir mal, ob wir da irgendwas packen, ja auch wenn es da eine Gruppe ist oder so, bei der dicken Spinn, das geht schon klar, glaube ich, nur mit demterybond nicht, die eine kurze, haben wir nicht viel getan, jebius plus sieben, umsonst noch ein Standardzeug zu holen, Und nun spenden dann hier zwei. Ja. Hoppla. Ich könnte jetzt dabei einfach mal die Iris ein bisschen überarbeiten. So, jetzt lassen wir mal hier drin. Multi-MP-Region. So, wahrscheinlich wird ein MP-Absolvated-Problem. Im Februar sozusagen. Lassen wir es mal durch hier. So, so, so. Dann guck ich hier mal, ob ich hier wenigstens eine Truppe habe. So. 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 Dann. So. Andere 호f. So. So. Es wird alles noch besser hoff ich. Nein, noch so ein Home-Resport rein. Wird das auch locker easy machen. So. Nur mal die Probleme. Was? Was rede ich? Das ist so leise. Echt? Das ist die andere Probleme. Doch, doch. Aber man versteht es eigentlich schon. Also normal schon. Also zur Erklärung. Ich habe hier noch einen Kumpel. Der möchte aber nicht erwähnt werden. Und ja. Der hat gerade gesagt, ich rede verdammt leise. Jetzt rede ich mal so ein bisschen lauter. Mir kommt das halt ein bisschen lauter vor. Dadurch, dass ich eben die Setzer aufpacke. So. Ich mache jetzt immer mal Cuts. Und melde mich dann immer kurz bevor ich Level aufbauen. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich kurz vor 42 bin. Bis gleich. Oder nee. Oder nee. Nee. Ich möchte euch nicht erlauben. Nee. Nee. Ich mache keine Kratzer. Ist doch auch ganz cool, wenn man so einen Nubi im Fernsehen jetzt zu schauen wird. Und da wird immer nur eine Gruppe packt. Ich bin dann überlegen, ich leite mal jetzt mal einen zweiten Account. Also mit einem Farmer halt. Der soll dann Schami mitziehen. Und weiter. Und die Schami werde ich dann mit dem mal verheiraten. Und dann gucken wir mal weiter nach. Muss ich jetzt mal gucken, wieviel Segen-FBs ich überhaupt habe. Drachenheld war ich 5. Und Segen auch 5. So. Und jetzt haben wir dann die Viertelstunde Part eigentlich auch schon fast rum. So. Ich bin jetzt 42 glaube ich. Mal 42. So. Ich weiß nicht ob, wenn ihr den Part seht. Ob sich da schon viel getan hat. Also ich denke ich werde jetzt noch ein bisschen weiter werden. Und das seht ihr ja dann. Ich werde auf jeden Fall antworten. Ich antworte bis jetzt zu jedem. Wenn auch was ist übersichtlich. Und dann schauen wir mal. So. Dann sehen wir uns einfach morgen. Aber besser gehört später im nächsten Part. Bis dann. Und ich möchte locker bleiben. Und hier die Let's Play schauen. Und Daumen hoch. Und kommentieren. Und keinen Spaß. Einfach schauen. Dass euch die Videos gefallen. Negative Bewertungen ist auch okay. Wenn ihr irgendwas sagt. Von wegen lauter reden. Die Musik ist zu laut. Oder die Stars. Keine Ahnung. Irgendwelche Tipps gerne geben. Bin ich sehr erfreut drüber. Und ja. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao Ciao.